Willkommen zurück zu Let's Play Sorted Online Fatal Bull in der letzten Partams reigene Mannschaft gegründet, mit der jetzt die SBC Flügel geradet wird. Also nicht jetzt, aber das ist jetzt das Ziel. Aber erstmal gehe ich in das falsche Gebiet, in das ich gerade gar nicht wollte, um so einen unnötigen Loading Screen mehr zu haben, um dann schlussendlich zu mir nach Hause zu gehen. Es war nicht geplant. Also streng genommen ist mir das aufgequatscht worden, ja? So... So... Naan te ne. Ma, ta maには, 他 no sukoldron de遊ばせてくれよ. Tai kutsuになったら, また戻ってくるからさ. Ah, 遊びなんですね. それなら, maa... Hajaく戻ってきてくださいね! Mate lusso! Wacatte krete, arigatou. Wadruiけど, aber, 今日は用があるから, 引き上げてくれないかい? 了解した. それでは, 失礼する. 本当に, お戻りになるのですか? Lussoは言ってないよ. つまり, 我々には, 飽きたということですね? やだなぁ... パイソンくんは別さ. 君だけは頼りにしているよ. 彼らが暴走しないよう, 適当に相手しておいて. たまには, こちらのホームにも顔を出してください. うちには, あなたを慕う人間が集まっているのですから. 人間が集まっているのですから. お戻りになっているのですから、 私の意志です。 君といれば、 僕は退屈から解放されるかもしれない。 なんてね。 彼らのことを責められないな、 僕は。 や、 気にしないでくれ。 こっちの話さ。 それより、 今からどこかに行くのかい? 僕も一緒に行きたいなぁ。 私はお戻りを行きたいと思います。 何か? お戻りをお戻り飲ってお戻り飲ってお戻り飲っています。 お戻り飲っています。 Master! Wenige Stunden später... Master! Master! Was war's? Ist da ein schweres Ort? Hä? Ich habe nur nur leid. Ich habe nur geblieben. Ich habe nur geblieben. Das war's. Das war's. Das war's. Ich wollte nur den Körper beobachten. Dann möchte ich auch Master-Mane machen. Okay, aber... ist das ein bisschen schrecklich? Wie ist das denn? Das Gefühl, dass ich... Ich habe die Gefühl, dass ich nicht so ein Fehler gemacht habe, dass ich mich nicht so fühle. Ich habe keine Fehler gemacht, dass ich nicht so ein Fehler gemacht habe. Hast du auch nicht so ein Fehler gemacht? Hmm, das ist sehr schwierig. ... Kann ich jetzt auf mein Konto zugreifen, bitte? Skorpionsschere. Okay. So, Banking. Ich hab, wenn man beides zusammenrechnet, knapp 2 Millionen. Das ist nicht nix. So, kriegst du mal alles. Damit wir mehr investieren können. So. Außerdem kriegst du 50% aller Credits, die ich kriege. Und wir machen sicher, dass Clarence langsam das Geld ansteigt. Ja, es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir unser Zimmer customisen können. Aber das lässt auch Aufschluss darauf zu, wie viel Spielcontent noch kommt. Ganz gut was, wie es aussieht. Wenn wir jetzt erst bei etwa, etwas mehr als anderthalb Millionen Credits sind. Ich finde gut, wir waren jetzt auch nicht gerade sparsam. So, äh, hab ich noch ein Level Up? Ne. Was sagt die Gruppe aktuell? Die ist komplett auf Null. So, nehmen wir mal Celiska mit. Ist auch ein Spezialist. Haben wir nur Spezialisten hier. Hat er schon Yuki dabei? Ich glaub nicht, oder? Habe ich Daisy jetzt nur übersehen, oder ist die nicht in der Liste? Nö, Daisy ist schlichtweg nicht in der Liste. Dann nehmen wir Astrea nochmal mit. Okay, dann. Äh, halt zu... Kirik, da sollte man nochmal gehen. Für den nächsten Dialog war das. Nein, ich wollte eigentlich nur zu Flügel gehen, da hast du mich angequatscht. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok Ja, das will ich dann aber auch einfordern Danke Dann gehen wir Stopp Wenn ich mich um die Schmerzen zu schützen kann, dann kann ich die Strecke auswählen. Ich werde mir die Strecke auswählen, also du hast da. Ich werde mir das nicht mehr aufwählen. Ich werde mit einem Strecke auswählen. Wenn ich mich nicht in der Kugel verabschieden kann, dann kann ich mich nicht in der Kugel verabschieden. Ich verstehe. 3... 2... 1... Go! Okay. Das war gut. Das war's für ein bisschen. Ich bin schon ein bisschen geholfen. Ich habe mir gedacht, dass ich den Haufen bekomme. Ich habe mir gedacht, dass ich das Haufen bekomme. Ich habe mir gedacht, dass ich hier bin. Ich habe dir das helfen. Ich bin einig. Ich bin jetzt hier. Das ist nicht so. Das ist nicht sicher. Das ist ein Wettbewerb. Ich habe noch ein bisschen Spaß gemacht, aber... ... ich bin endlich in die Hand gekommen. Hm. Okay! Haha, geschafft! 1, 2, ... 2, ... 7. Es gibt auch noch ein Wettbewerb. Das ist eine Realität. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Vielen Dank. Das ist für dich. Wenn du wirklich ein Wettbewerb hast, ... ... wenn du sie zwei Mal auswählen hast, ... ... dann kannst du sie mit dem anderen. Schusswaffen gegen Schwerter. Schusswaffen gegen Schwerter. Was machst du mit dem Hinterhalt? Hä? Genau. Wenn du dich interessiert hast, ... dann erzählst du dir. Ich weiß nicht, ob du dir das anwählen kannst, ... aber... ... das ist ein Wettbewerb. ... 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 Dann gehen wir mal aus. Ich denke, dass es nicht so gut, dass ich es nicht so gut. Wenn man so決定 ist, dann gehen wir sofort. Ich denke, dass es so gut ist. Ich denke, dass ich das Grund habe. Ich denke, dass ich es so gut. Danke. Ich freue mich, dass ich mich sehr interessiert habe. Ich bin froh, dass du dich mit dem Klenkern verholtest. Ich bin froh, dass du auch mit dem Klenkern ausgesehen hast. Wenn du dich, wenn du dich in der Welt sehen willst, dann kannst du auch die Klenkern ausgesehen. Ich werde dir das gerne mit dem Klenkern. Ach, natürlich, wenn du dich gut bist. Danke. Okay, dann kannst du dich auch mit dem Klenkern kennen. Wenn du da ein Klenkern hast, dann kannst du dich mit dir. Dann kannst du die Waffe auf den Schwerd und Schwerd plus Schusswaffe wechseln. Auch wenn dieser Stil auf den Nahkampf ausgerichtet ist, kannst du immer noch schießen und Schwerd sowie deine Waffenskills nutzen. Ach, jetzt kann ich das lernen. Das ist ja eine Typ im Namen Spiegel, irgendwas in der Schalldrücken, die dann meint, alles wäre okay, aber ich glaube, wir sollten die Morant unterstützen. Kannst du das hier auch mal im Auge behalten? Danke dir. Jetzt gleich? Nein. Äh, okay. Dann ist er aber bitte wirklich zur Flügel. Das kann ich so ein Knie-Tür jetzt lernen, oder? Nö. Ich versuche mal was. So. Und wenn ich da mir jetzt in die Flügel gehe... Was habe ich denn noch für einen Fixdialog? Schauen wir mal. Jetzt ist die hier. Nicht so viel, wie ich gerne hätte. Das ist das Gefühl, dass doch wohl eine XP war. Ah, auf Stichwort. Ah, auf Stichwort. Ich bin mir noch etwas von Schwerden. Ich wollte, dass ich mich vor, wenn ich mich vor allgemein such an. Ich habe es gut. Ich habe es gut. Ja? Ich habe es gut. Ich habe es gut. Ich habe es gut. Wenn ich mir auf den M-Türk室 darf, dann war es gut. Ich habe es gut. Ich habe es gut. Ich habe es mit ihm zu sprechen. Ich habe es gut. Ja, genau. Entschuldigung. Ja. Was ist das? Ja, genau. Ich würde sagen, Sino. Vielleicht ist es ein bester Wettbewerb. Was ist das? Der Wettbewerb der Wettbewerb der Wettbewerb. So funktioniert das Internet nicht. So funktioniert das Internet nicht. Ich denke, ich denke, dass diese Böse nicht nur die Zahl der Wettbewerb. Ich denke, dass es nicht so hoch ist. Ich denke, dass es besser ist. Ich denke, dass es besser ist. Ich denke, es ist gut. Ich denke, das ist das Böse. Oh, danke. Aber es ist gut. Natürlich. Denn ich möchte, dass ich Sino und GGO als größer Spieler bin. Wenn es eine kürzene Wettbewerbe gibt, kann man mit Sino und einem nur mit einem敵. Wenn es so geht, kann man sich nicht mit den Freunden befinden. Ich denke, dass es wirklich Sino wird. Man kann auch subtil sein. Ich sag nichts zu dem Thema, weil ich nicht spoilern will für die, die in Anime nicht gesehen haben. Aber... Es ist ein Schweres, aber ich glaube, dass ich die Schweres, die Schweres zu verletzen habe. Also, ich glaube, ich freue mich. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, dass ich das nicht so gut bin. Ich glaube, ich glaube, ich habe keine Ahnung, aber... Das ist ein starker Gerät. Ich bin ehrlich, sehr興奮. Ich möchte mich nicht mehr als ich überrascht, aber ich bin sehr stark. Ich bin der Meinung, dass ich zu schnell und schnell sein muss, was er. Ich glaube, dass ich es so gut, dass ich es nicht weiß. Ich glaube, dass ich es nicht weiß, dass ich es nicht weiß. Ich weiß, dass ich es nicht weiß. Klar doch. Ich habe keine Schwerzkills ausgerüstet. Fällt mir gerade so ein. Ich habe keine Schwerzküren. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist nicht einfach ein Schwerzküren. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Äh, Nö? Oh, ja. Wenn ich hier zurückgekehrt habe, ich will nicht, was ich hierher habe. Ich bin nicht nur mir. Wenn du auch hier bist, dann ist das 5. Wenn du auch ein halbes, dann ist das gut. Nö, der ist ein kreativ. Aber du kannst uns zusammen kämpfen. Logo. Auch wenn ich kacke gegrübt bin. Ich bin jetzt hier. Das ist das, dass du auch selbst zufrieden hast. Du kannst dich auch mit deinem Kampf und mit deinem Kampf zusammenfassen. Ich glaube, dass du dich nicht verletzt hast. Aber du kannst sicherlich unterstützen. Natürlich. Wenn du wirklich gefährlich bist, dann steckst du dir. Ich glaube, dass du dich nicht verletzt hast. Okay. Okay. Wir beginnen. Lass uns auf. Lass uns auf. Lass uns auf. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das... Warte, wird das jetzt etwa ausgespielt? LOL! So. Okay. Aber wie mache ich jetzt? Na gut, ich habe keine Schlitz mit dem Schwert ausgerüstet. Das kann ich vergessen. Äh, den Laser bitte nicht in meinem Gesicht. Ja. Danke. Warte, er gibt 150 Schaden, wenn ich ihn mal in den Kopf stieße. Wenn ich die Headshotbox aus deiner Stirn erwische. Wo ich wieder ein bisschen mehr Schaden mache. Ja, dann mache ich signifikant mehr Schaden. Also Headshot ist nicht gleich Headshot bei dem Typen. Ich glaube, so einfach, wenn ich einfach so draufholze. Da treffe ich am meisten. So, aber wie? Wechsle ich jetzt auf... beide? Ach, keine Ahnung. Kannst du bitte wieder deine... Nein, nicht die, die. Danke. Au. Rüstungsform. Nee, boah, einfach so wie sie dann nicht mal in den Auto im Radius kommt. So, erster Linksbalken ist schon unten. Sieht doch machbar aus. Vor allem, solange Sinon facetankt. Hat er mich gerade eben nachladen gestunnt. Das ist nicht nett. Au. Achja, Sinon hat... keine Healspells. Richtig. Muss ich ein bisschen aufpassen. So, Hefteleben ist weg. Nein. Das vergiss man schön wieder. An sich wie sie sollen, kann man den ziemlich gut outplayen. Muss nur aufpassen, dass Sinon nicht abkratzt. Sache, Jungs, hast du zu tot. So. Heimer dich wieder ein bisschen. Müssen wir gucken, wenn er diesen Rundumangriff wieder macht. Weil der glaube ich auch die Wand ignorieren konnte. Hey. Jetzt aber. Äh, geht auch Sinon. Das heißt, ich muss ihn mal kurz heilen. Das heißt, ich muss ihn mal kurz heilen. Ich muss ihn mal kurz heilen. Ich bin halt ein bisschen währenddessen. Und er hat mich vielleicht nicht mehr aufgaben. Ich bin echt nicht gewonnen. Er hat doch den Ball. Ja, ich habe den Ballsack. Ich muss ihn어나hen. Das heißt, Tiamat? Das ist ein sehr guter Wettbewerb. Das ist auch sehr großartig. Das ist sicherlich ein sehr guter Wettbewerb. Na dann. Ich glaube, dass ich so kämpft habe, dass ich so kämpft habe. Oh, das ist so. Aber ich dachte, dass ich hier nicht genug bin. Ja, das war nicht genug. Aber wenn ich mich für die Tiamato auswählen war, dann bin ich auf den Tiamato. Ich habe mich nur noch nicht geholfen, aber ich habe mich nicht geholfen. Aber ich habe mich nicht geholfen, dass ich mich nicht geholfen habe. Ich habe mich nicht geholfen, sondern geholfen. Das ist nicht geholfen, dass ich mich nicht geholfen habe. Okay. Ach ja, die Story. Oh, Entschuldigung. Ich habe in der letzten Spendung fast eine Sniper spiele. Ich dachte, ich habe nur eine Panzerbrechung von Tiyama gesehen. Ich habe nur einen ersten Sniper spiel. Ich glaube, dass ich mich nicht verletzen kann. Ah, also... Ja? Wir sind Freunde, oder? Klar, ich habe alles in Stärke... Klar, ich habe alles in Stärke... Klar, ich habe alles in Blöden... Klar, warum nicht? Ich habe alles in Blöden Stärke gepumpt und die Schwerekeit liegen gerade nicht dabei, also... Dankeschön. Ich hoffe, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich hoffe, dass ich mich nicht verletzen kann. Ist es eine Zeit, die Flügel zu erkunden? Ja, ja! Meine Herren! Äh, Moment mal! Ach, nee! Wer hat sich denn da im Spiel gemogelt? Ach, nee! Wer hat sich denn da im Spiel gemogelt? Ja, das ist das, was ich? Ach, ja, ich bin ein bisschen mit dem Handeln. Ich werde das, was ich mit mir verletzen kann. Was? Ich habe mich nicht verletzt, aber ich habe mich nicht verletzt. Entschuldigung, ich bin ein bisschen mit dem Gank. Ich bin Ren, hier ist Fuka-Jirow. Fuka ist gut, ich bin alle. Ich habe mich nicht verletzt, was ich mich nicht verletzt. Okay. Uh, okay. Uh, okay. Weil die Avatar zu groß und die Komplexe in ihrer Körpergröße hat. Ja, ich hab das Spin-Off gesehen. Warte, ich hab die Avatar-Komplexe in ihrem Komplex. Waaah! FKA! Na, ehrlich gesagt, ich war auch so schlecht. Aber deswegen, ich möchte die GGO-Komplexe für diese GGO-Komplexe. Ja, wenn's nicht quietsch-grell ist, dann nicht. Ja, ich möchte die GGO-Komplexe in ihrer Körpergröße sein. Vielleicht ist es, wenn man sich mit einem GGO-Komplexe spricht. Das ist das Wichtigste. Nein, das ist das Wichtigste. Nein, das ist das Wichtigste. Ich habe das Wichtigste. Ich habe das Wichtigste. Okay. Okay. Das heißt, wir gehen. Uh, dann, wir gehen. Uh, dann, wir gehen. Um, ja, ich gehe. Ich bin so sehr, wir gehen. Ich bin super, wir gehen. Und dann, wenn Sie sich die Schrauben auf die Kosten auf der Komplexe und das Geld auf. Was ist das, was ich für ein GGO-Komplexe? Was ist das, was ich? Ich habe sichergestellt. Das war jetzt. Also, wir gehen, wir gehen. Äh, hab ich jetzt... Das ist das... Nehmen wir die beiden mit! Was? Wie geil! Klicken wir dann Pito vielleicht auch noch? Und der M? Das wäre ja geil! Mogeln sich die 2-1-Spiel, ich glaube, sagt... So, äh... Jetzt aber bitte wieder aus, mit der ich weiß, wie sie funktioniert. Level Up hatte ich aber, glaube ich, immer noch keins, oder? Ne, ne gut. Äh, genug Part in Länge gezogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.